willkommen zurück zu einer weiteren folge schauen wir mal ich bin skeptisch ehrlich gesagt so jetzt fährt er gerade weg das war doch sonst nicht man überlebt das okay öfter mal was neues so doch noch mal geschossen oben bleiben um den da erst mal zu killen so so sind wir die schon mal los das ist schon mal nicht falsch kommt jetzt ich bin mir sicher da oben links da ist eine kiste da aber es kommt nicht hoch wenn ich springe so also alle die dagegen gewettet haben unter der letzten folge hier eine speicherpunkt ich hätte es aber auch nicht gedacht muss ich ganz ehrlich sagen schon gar nicht nach zwei minuten verdammt ich hatte gehofft ich treffe beide deswegen war ich gesprungen ich wollte dazu im sprung loslassen dass er beide trifft aber nö hätte ja skill skill erfordert den ich nicht habe so doch warum kann ich hier runter ich muss da runter weil ich kann ja hier gar nicht hoch diese erkenntnis okay dann halt so und die dinge sind auch gerade runter gefallen wenn man drauf tritt herzlichen glüchsturm und da ist ja die tauchen wieder auf okay speicherpunkt ich hätte hier gerne speicherpunkt wo soll ich jetzt hin ähm 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 wow okay das ist speicherpunkt und da oben ist eine kiste an die ich eh nicht rankomme weil ich menas nicht habe was ist denn das verdammt auch verdammt ich muss also direkt widerspringen das hatte ich nicht wahrgenommen das hatte ich echt nicht wahrgenommen so ja 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 gut dass du daneben geschossen hast blablabla hey omega hat stufe erreicht 23 mehr leben mehr schild okay fällig dich von hier aus ja das finde ich schön dass das durch die wand durchgeht hallo hallo so die da oben sind aber immer noch mhm die werden uns noch jahre ich vergesse immer dass die wegbrechen ach es lebt ja da oben wieder so das wollte ich aber nur ein so hoch achso fina ist noch nicht bereit ist noch nicht so gut aber der da unten ist noch im weg das ist jetzt verarsche oder sie hat ihm aber hoffentlich schaden gemacht was wenn ich da einspringen kriegt er mich da ich will dir einen verpassen ich will einfach das ging doch sonst oder nicht bin ich jetzt das ist natürlich auch nice hier es ist vielleicht sollte ich da er fast die einsetzen woht wo 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 na komm ha 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 ich bin da durchgefallen warum bin ich denn da durchgefallen das passiert doch sonst nicht da ich kann doch drauf laufen warum bin ich denn muss man ich wollte doch nur das herz haben wo das war knapp so viel zu dem herz so was war denn jetzt da unten muss ich da kann ich da was tun da ist ein blub da ist ein blub wenn ich hier drunter springe werde ich wahrscheinlich bereuen also bleiben wir hier oben ach ein aufzug ich kann sagen was kommt da jetzt bitte keine böse ich kriege schaden überraschung ein speicherpunkt ich mache langsam sorgen minus ach mein liebchen eure prallen muskeln lassen mich erschaudern lasst mich frei ich bin nicht euer liebchen oh jemand ist gekommen und hat mein liebchen gestohlen aber mich werden sie nicht erwischen sieht so aus als bräuchte minos unsere hilfe sieht so aus was kommt auch kann man jetzt donkey kong wie geil ist denn das aber ein späteres donkey kong level würde ich sagen hallo hält er sich auch mal zurück also ein paar ständchen weniger könnte er schon werfen hätte ich nichts dagegen alter ich wollte auf die leiter wie krass aua jetzt alter ich wollte alter ich bin alter ich bin auch mein liebchen eure feinde so was unsere freunde sorgen sich da ist blöderweise jetzt gerade mein aufnahmeoverlay wieder drüber sehr um euch keine ahnung was vor dem sehr steht keine ich aber auch niemand kann uns voneinander trennen das ist überraschend ich wollte nicht runterfahren aber ok anscheinend muss ich in der phase bekämpfen wenn man da oben ist so bin ich jetzt in der zweiten phase direkt ja ok wir wollen nicht die streppen runter dass das bei doppelkommen schon mal vorkommt mit den fässern hallo bin ich da? nein bin ich nicht was machst du? ouch was ist er? ouch hallo verdammt ich will da hoch da ist ein herz lass mich gehen lass mich gehen lass mich gehen hoch ich wollte eigentlich höher verdammt fahr hoch was ist denn hier oben? nix ähm ok dann fahr wieder runter hab ich dem schon schaden gemacht? nur minimal das ist ja geil ok frosty tut ihm gar nix ich fühl das herz ähm wohooo wie? hm wo ist er? wo ist er? wo ist er? wo 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 ist er? ähm hallo oh ähm hems wie viel schaden hat er denn? ja ja gut ich mein finna macht ihm schaden aber kann ich nicht nur mit finna das dauert ja ewig oh hab ich ihn getroffen? hm ich geh mal da oh shit oh shit oh shit oh shit ich steh da ble etwas unnützig oh shit 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 Vielen Dank.